Stop deportation! No border, no nation! Stop deportation! No border, no nation! Stop deportation! Kein Mensch ist illegal! Bleibe Recht überall! Kein Mensch ist illegal! Bleibe Recht überall! So, wir haben auch heute einen Text, das ist leider erstmal auf Englisch. Und das ist eine Botschaft an das iranische Regime, der seit Jahren im Iran foltert und Oppositionelle verhaftet und hinrichtet. Und heute wollen wir auch darüber sprechen, wie das iranische Regime diese Kriegssituation und Sanktionen nutzt, um die Opposition weiter zu zerschlagen. In den 80er Jahren hat das Regime die Kriegssituation genutzt, um sämtliche Oppositionen im Land zu zerschlagen. Bis zu 30.000 Oppositionelle wurden hingerichtet und in Massengräbern verscharrt. Und wir wollen es verhindern, dass es wieder so eine Situation gibt, was dieses Regime nützen kann, um die Opposition zu zerschlagen. Und wir denken, dass die Einzigen, die ihre Zukunft und ihr Leben in diesem Land zu bestimmen und zu verändern haben, sind die Menschen, die dort leben, sind die Iranerinnen und Iraner selbst. Und wir sind gegen jegliche westliche ausländische Interventionen im Iran. Und wir denken, dass man nicht mit einer Bombe uns befreien kann von der Tyrannei und von dieser Diktatur. Ich gebe das Mikro jetzt auch dazu, die unser Text und der Botschaft für das iranische Regime auch hier lesen wird. Vielen Dank.